Untersteuern Untersteuern ist, wenn ich einlenke. Das Fahrzeug folgt aber der Lenkung nicht, sondern schiebt geradeaus über die Vorderachse zum Kurvenausgang. Das kann ich dagegen tun. Ich kann das Gas wegnehmen, kann die Lenkung etwas reduzieren, sodass mein Reifen wieder eine Seitenführungskraft aufbauen kann. Und dann kann ich wieder ganz langsam und geschmeidig Gas geben. Überwiegend kommt Untersteuern zum Tragen bei frontgetriebenen Fahrzeugen. Michelin. Wir bringen Sie weiter.